... Er sagt, es ist wirklich wichtig, dass man versucht, diese Geschichte mit aufpassen auf die Lebensumwelt Umwelt und Lebens und alle diese Sachen, insgesamt, dass man das wahrnimmt. Er sagt, die Erde ist jetzt bedroht, also die gesamte Erde, die Erdfläche, ist bedroht und wir müssen aufpassen, was wir damit machen. Vielen, vielen Dank. Gerne. Wie sagt man Danke auch?